So, ich bin krank. Das hier muss ich machen. Damit die Genesungszeit einsetzt, muss ich einen Verband anlegen. Ich bin doch so dämlich, ne? Wirklich, richtig dämlich. So. So. Dann jetzt hier runterlaufen, immer durchlaufen. Dann in der Höhle schlafen. Mir bleibt nichts anderes üblich, als in der Höhle zu schlafen. Oh, Glück ist dumm. Ganz ehrlich. Das war echt Glück, das ist dumm. Meine Fresse, ey. Meine Güte. Hahaha. Oh. Okay. Hätte ich hier verirrt. So. Und ohne? Ja, am besten mit dem Messer. Bis jetzt nix. Das ist ein Stück Holz. Jo. Vielleicht fährle ich nochmal. Oh. Stimmt hier. So. Feier machen. Wann. Ah. So. Eventar. Feier machen. Schlechte Gedöns. Nehmen. Eigentlich hätte ich das Feuerzeug, dieses Öl, diesen Feueranzünder, hätte ich gar nicht mitnehmen müssen. Blödes. Aber noch gut. Das ist halt Pech gehabt. So. und. Essen. Hier. Ach, nein. Ach nein. Essen passt ganz gut, denn wir haben ein bisschen Hunger. Inventar. Gut, das Zeug ist dann auch weg. Langsam aber sicher. So. Dann werde ich jetzt ein bisschen mal hier hinlegen, glaube ich. In der Hamtstuhl können wir eh nichts machen. So, Essen. Inventar. So. Aufheben. Ich nehme jetzt hier mal eine Fackel mit. Noch eine Fackel. Und noch eine Fackel. So. Und dann auf dem... Ah, hier ist Kohlegedöns. Holz und so. Gut. Hier komme ich nicht lang. War ich hier? Ist da der Weg runter? Ich muss noch ein anderer Weg sein. Ach, ehrlich? Ich muss eigentlich draußen schlafen. Um Lagerkoller zu vermeiden. Es geht nicht anders. Oh, ich frage mich bei solchen Einschlitzen immer, wie man die von draußen eigentlich sieht. Ob man theoretisch auch reinfallen könnte. Oder sind das nur Gegenden, diese Löcher, in die wir eh nicht hinkommen? Ich befürchte das Zweite. Ich werde jetzt mal draußen schlafen, und zwar sechs Stunden, glaube ich. Runden auf Fluss. Kater, Staudern. Ich bin hier. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich werde jetzt in der Hürde schlafen. Die ist, die zählt zwar als draußen, ist aber eigentlich ein Innenraum. Deswegen passt das ganz gut. Er ist richtig müde. Dort ankommen. Langsam aber sicher in der Höhle hingehen. Und dort mal ein Nickchen halten dann, wenn es soweit ist. Ein bisschen Essen haben wir noch, ein bisschen Reh. Ja, trinken haben wir noch. Notfall hätten wir das hier noch, aber das möchte ich jetzt nicht unbedingt machen. Das ist hier hoch. Ich vergesse regelmäßig, dass das ja gar nicht geht. Das Sprinten. Nicht erschöpft. Ich bin jetzt schon kaputt. Crazy. Das Glättchen macht einen echt. Futsch. Futschkato. Fertig. Ach, kennt ihr mir schon mal eine Amnesia-Reihe? Ich würde auch da gehen rein, wenn ihr Lust und Bock auf Amnesia habt. Aktuell läuft während dieser Aufnahme. Aktuell hoch läuft Amnesia The Dark Descent. Also die erste Reihe. Das erste Spiel. Danach folgt zwei und drei. Cool. Gefällt schon wirklich vielen Leuten. Deswegen war dann diesmal das Let's Play ohne Cam. Das ist bisher das Einzige, was mit Cam funktioniert oder läuft. Das ist der Staudamm. Da werden wir aber erstmal nicht schlafen. Wir werden jetzt hier in der Hürde bleiben. Und da ist man ein bisschen schlafen. Weil wir einfach viel zu kaputt sind. In der Zeit, in der es noch so hell ist, werde ich mal versuchen. Ich kann es gar nicht, glaube ich. Weil ich so kaputt bin. Ich denke gerade drüber nach, ob ich ähm, na auch lese. Währenddessen. Ich warte. Aber wenn ich das dachte, kann man der Gedanke sagen, das geht ja gar nicht. Weil ich ja komplett im Eimer bin. Mütetechnisch her. So. Essen. Trinken. Zwei Stunden schlafen. Sie haben es dann ausreicht, um ähm, auch Möglichkeit zu haben, äh, zu lesen. Ist ja cool. Ja. Das heißt, hier, verwenden. Ach, hör auf. Ist jagen so weit? Gute Gelegenheit, zu gucken, wie viele Tage wir überlebt haben. 181, wir haben bald 200, äh, 200. Crazy. Kadaver und Kadaver zerlegen und kochen ist auf fünf Gewehrschusswaffe und ich trage den Scheiß mit mir rum. Revolver ist Zielhilfe ist gering. Ich will gar nicht wissen, was für auf fünf ist. Eisfischen Dreiß, das ist das Schlechteste mit Bogenschießen. Okay, äh, kein Ich. Das Buch dann Evental ablegen. Cool. Fette Sachen. So. Kann ich das aufnehmen? Kann ich das aufnehmen? So. Hab ich noch ein Das hab ich? Ich hab keine Pfeile bei mir. Wieso hab ich denn keine Pfeile bei mir? So. Affenstein. So. Ich werde die Hasen jetzt einfach mal zur Übung abschießen. werden sie dann laufen lassen, aber Was sehe ich denn jetzt? Ja, die doch. Ja. Nö. Damit ich dann richtig müde werde. Werd ich mal ein bisschen üben. Werd ich jetzt nicht dann aufheben und killen. Übung macht den Meister. Sagt man so schön, oder? Viel, viel zu weit. Äh, viel zu nah dran. So rum. Muss da nicht Steine auch abladen. Ich werfe einen weg, um den nicht aufzusammeln. Dumm. Na gut. So. Einfach mal üben zu schauen, wie es funktioniert. Das habe ich jetzt wohl lange nicht mehr gemacht. Und zack! Weiß. So, Inventar. Wo waren die Steine? Waren die hier? Zack, Kohle. Ablegen Ablegen, Ablegen, Ablegen. Verwenden. Ob es hilft, keine Ahnung. Uh, ein bisschen zumindest. So, nochmal einen Stein auf. So, es schon mal hier ist. Nicht da. über den Daumen. Es müsste was jetzt eigentlich da? So, Mist. Egal, komm. Sind zu müde für den Scheiß. Ist viel zu müde für den Kram. heißt, wir möchten jetzt einfach mal trinken, schön, schlafen gehen. So, ich werde das erstmal in zwei schneiden, mit dem schlechteren. Und das hier per Hand. Das ist ja donnern, ne? wieder in die Höhle zurück. Ein bisschen chillen, vielleicht noch was trinken, ein Teechen. rein. So, wir werden nochmal. War das gegart eigentlich? scheiße, ja. So, wir sind da. Aber Holz, ne? Ja. Alles ablegen, 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 ablegen. Ja, cool. So, ich dürfte jetzt eigentlich im Vental den Tee hier trinken. Ja. Verbessert das Ausruhen, passt ganz gut. Jetzt mal schön schlafen, Leute. Cool. Cool. Cool.